Ja, ich zähle schon meine Tage bis zur Sommerpause natürlich und es darf definitiv auch nicht fehlen, dass es mal wieder wunderbar sein sollte und ja ihr kennt ja das ganze, mache ich mal kurz Mikro aus. Es ist ja noch gut gegangen, Wasser muss ich natürlich auch noch nachhelfen, aber ging eine Tasse Kaffee, habe ich eigentlich nichts einzuwenden, obwohl ich auch noch meine, dass hier vielleicht nicht nur der Geschmack zählen sollte, sondern die Konsistenz, also Stärke und so weiter, aber ja, nichtsdestotrotz möchte ich mich bei euch wirklich bedanken, dass ihr die Videos schaut. Ich weiß, euch fällt es schwer, meine Kritik unter Fach und Dach zu bringen, aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag und lasst mir ein bisschen Daumen nach oben. Es würde mich im Übrigen wirklich sehr, sehr freuen. Und vergesst nicht, die Sommerpause ist mir am Herzen. Tschüss. 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 Vielen Dank.